herzlichen willkommen zurück zu einer neuen folge hier auf der norddeutsche lieben freunde mit mir und mit dem aus tv und mit dem papi so endlich war beim ruf angekommen fast jungens ist das mir dann also auffällt wir haben das heißt wir dürften theoretisch nächstes jahr nur eine einzige art anbauen weil wenn wir nur einen sie außer wir schaufeln in der zwischenzeit 1 leer ich denke schon ja ja für geld müssen wir eins aber ich würde jetzt so behaupten dass wir das gras hier noch offen lassen der zweite schnitt kommt gleich das denke ich mir das macht sehr viel sinn das gerade wobei eigentlich macht es schon sinn das fest zu fahren ja ich weiß ja ich kann es später noch das gespart und später weil es ja hier mal ein bisschen schieben auf der anderen seite vom silo hier hier wo ich bin auf der anderen seite genau hier müssen wir eigentlich flüssen das funktioniert nur in der richtung schreitze aber jetzt rückwärts fährst dann drückst du das ach so ok dann probieren wir das jetzt mal rückwärts oh ich habe es auch was einsammeln ach so super oh oh hat 2000 klettert drin aber sind sie hochlappen ja ich habe gesagt du sollst von unten was rausnehmen damit unten die ecke weg ist du hast eine funktion von der sie drunter drücken kannst wie lehre ich das jetzt mit einer hydraulischen funktion kannst du ihn auskippen äh das sind zu viele hydraulischen funktionen jemand als ich war grubbern was das war wegklappen was ist denn dann jetzt äh aussieht du musst eigentlich nicht grubbern ach doch du musst grubbern B du musst nicht grubbern ja genau ich finde das trotzdem gefressen könntest du das direkt da drauf ja sonst aber wie lehre ich jetzt das auf eigentlich bin ich voll nicht der freiwillige das ist halt total unrealistisch ich bin jung wofür gibt es STRGI ach so doch ja dann sag doch das mal an ja weiß ich doch selber nicht fahr mal rückwärts hier in den linken Haufen nein nein mach mal hoch mach hoch mach hoch mach hoch was ist denn jetzt hier unklar ich hab hinten das Ding hoch bitte ne ne hinten nicht die Seite wie ging denn das jetzt schon wieder hier so nicht fahrs rückwärts in den Haufen hier rein der da links liegt nein ne hoch machen hoch machen hoch hoch ganz hoch und jetzt rückwärts links in den Haufen rein ach links sag doch das das ist von mir aus recht so verweckt ab und das war auch mein Gewicht da fiel schöner aus so äh ozzi nein jetzt auch rückwärts du kannst grubbern gehen wenn du wenn du wenn wir genug Geld haben für ne Einzelkorn Technik ne Technik weil meist wär schon fast am besten maa jetzt hab ich grad ja ich bin nicht froh du kannst auch nicht entscheiden hm ja aber ich weiß ja nicht ob haben wir genug Geld für ne Einzelkorn Technik ja klar wir haben genug Geld gib dir ein bisschen ausschreitze weil du verteilt das damit äh du lockerst das damit im Prinzip wieder ah ok da wer ist aber Geld für ne äh das ist am besten aus das ist wenn du das Experte ausbreite aber trotzdem gut reicht ja damit es reicht sollst du schon kaufen am besten oder ja am besten ja alter alter mal sehen im jungen in jungen dort was da muss doch hier zusammen nehmen jetzt guck mal jetzt testen wir das beliebig aus was für den ist zum testen ja zurück noch ne kleine schlippe gut hochziehen die scheiße warum gar kein frontlader mehr hier das heilt war ich glaube das heil war eine gute Investition für alle die 4.000 Euro für die 3.000 Liter Schaufel für alle die 4.000 Euro für die 3.000 Liter Schaufel es gibt nichts mehr also die Investition war doch so ein Medium ja wir hätten doch ne Rolle gebraucht ja warum also ich krieg das auch mit dem Fahren superglatt wie glatter kriegst du es mit der Rolle auch nicht ja es ist aber realistisch oder ja na die Rolle Rolle weißt du doch nur mit dem Schild naja was ich grad sage eigentlich du weißt das bei mir ja selten das Ding was du dran hast das fahren die wenigsten und dann auch nur zum Gas machen wahrscheinlich du weißt mir nur sowieso ein Schiebeschild das ist mir schon klar aber das dürfen wir ihn noch nicht abdecken oder? ne warte jetzt ich muss den steuerkreis machen dass das hoch fährt ok gut oh man kann es ja mal durchhalten ja eigentlich die 25% reichen ja eigentlich vollkommen ok erstmal ja ich kann es auch nicht runter gelassen rückwärts rein halten am besten in den Haufen ne warte ich fahr zuerst vorwärts rüber und nachher rückwärts durch so so schön schön glatt lösten ha hochziehen das Ding oh jetzt passiert da nichts das arbeitet nur rückwärts weil es eigentlich von vorne ein Schlepper ist ja äh äh ich mach ja rückwärts nochmal wieder vorwärts schön drüber ja bügel mal jenten auch nochmal kurz drüber gleich ja halt oh schön aufschieben gut ich frage es mal die jungsbeschäftigung das sieht so ein bisschen glatt aus da weg du jetzt machen wir da vorne alter das nimmt Leistung weg das kannst du nicht glauben gelingt genau die Seite da einmal durchhalten aber du kannst eigentlich überall einmal durchhalten hey da kann man auch verbreitern hast du das gewusst hast du durch diese ähm Glaubfänger da aaaah ooooh 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 warte wieder vorwärts und dann wieder rückwärts ooooh warte mal konnte noch was machen eine Sekunde was passiert da also wir sind zum runterlassen so hoch ok naja jetzt runter und rückwärts rüber häh man verbreitert sich das noch ein bisschen oh jetzt werde ich fast schicken blieb oh oh nochmal hier durch schön hasseln oh das ist ein tier was er immer wieder machte so ist von rechts an links fahren ooooh du hast den Dreh von dem Ding auf jeden Fall raus nein hab ich nicht ah dann musst du noch nächstes nochmal machen gar nichts mehr Gott die Scheiße nicht mehr wo und worden aber glatt wieso mal die Scheiße anhängen nene tsch tsch mal lass dir das mhm oh ja wer fanden wie rein Digger ich gebe nur vorwärts und rückwärtsgas ich lenke mich mal mehr Ossi du bist am Grubbern oder ja natürlich mit GPS oder ja also immer das immer ohne das ist eine dumme Frage bei ihm also das lass ich auf den Augen nur gegrießbar es hat also überall GPS drauf aber ich benutze es einfach nie bei einem nie komm Kavi mhm gut mhm du machst das perfekt ganz weiter weiß gar nicht was ich weiß mhm 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 du machst das gut mhm 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 also wie viel ps hast du eigentlich 206 ach so du hast die meisten ps 209 209 ps und ich habe 186 so für die schweiß er ist nicht so gut an aber ja mann meiner ja ja was war wie hat er schon nach dem den blauen stutzen ist nicht kann er gar nicht der wurde ja 2008 gebaut also so gibt es noch ein pickpack für mich am hoher perra brauchen sowieso mehr sakku nein das haben wir ausgelöscht fast so da stehen drei pickpacks aber von den großen und dünger aus nicht eigentlich schon ist er eigentlich schon und helfe und meckerst deswegen jetzt aber das da er hat er hat egal wir fahren in den hof schon wieder mhm aussie viele arbeitsbreite hast du das ist doch nicht Den Hype hat er, glaube ich. Vier. Den Hange. Mein Handy bimmelt. Bimmel, nemmel, nemmel. Ja, aber mein Stepper wurde auch so, dass ein 28 hat es gebraucht, gell? Du hast an deinem jetzt gerade einen Du-Stutzen. Ja, klar. Ja, gut, aber der hat keinen. Der hat nur einen roten Stutzen da sitzen, aber keinen blauen. Ja, das ist aber... Echt haben wir auch keinen Ant-Blue. Also einfach nur einen Schlepper. Ich wollte gerade sagen, also der Schlepper wüsste ich auch nicht, dass deiner Ant-Blue hätte. Hat der wahrscheinlich einfach rein dekorativ dran gemacht. Ja. Vielleicht schon, ja. Ja. Aber der hat hier im... Oben drinnen eine Anzeige von Blue. Okay. Vielleicht hatten das die letzten Modelle von ihnen. Ne. Aber Blue gibt's ja erst seit... Warte mal kurz. Eines kommt nach vier Jahren, oder nicht? Ja. Ja. Und die wurden nicht langsamer gebaut, so. Der Ersatz, der ist ja von 7530 die 6R-Modelle über 6R-Modelle. Und 6R gibt's ja auch schon länger. Ja. Und ich hatte anfangs schon die 6R-Modelle. Die hat nun halt Blue. Hey, Blue gibt's ja auch erst seit... Ja. Eiern. Aber ich weiß, dass der Erste, der sich nur festfallen will. Und der Letzte, der da drauf ist. Mhm. Äh, aber der Erste, der wieder weg ist, so. Mhm. Ja. So. Weiß was, der kriegt so einen alten D80 zum Festfahren beim nächsten Mal. Tsch... Ja. Na, Kopen-Gruppe klappt man schnell raus, hier. Ein Feld schon fertig? Ja. 73, oder? Ich bin wieder da, Entschuldigung. 43. So. So. Weiter, 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 weiter. Ja. Ui. Der erste Seele ist gleich zu. Au. Au. Ja, was das wirst du da machen? Hey. Doch. Haben wir ja eigentlich alle Frontlader-Konsolen? Ja. Und alle Schaufel? Äh. Musst du noch zwei Schaufel runterholen? Ah, Entschuldigung, Schweizer, dann fahr ich das fest. war lieben gerne festschweizer schaubelt er lieben gerne da erst die los zu dünge fix haben wir nicht nein war so klar da kann er wieder auf der fahr ist nicht runter auf keinen fall aber muss aber leider das pflicht dann machen wir keine dünge schufe und dann gehst du fahr wie zweimal rüber mit der presse habe ich mit dem düngestreuer wagen den imaginären von mir bekommen so mein gott was hat das dinge für funktionen das hat der steuerkreis aber der hat sechs steuerkreisere nummer ja die keine sechs du hast die hektraulik und den heckzylinder dann hat er vier er hat er hat er jetzt gucke ich hier ja jetzt oder so das ist ja auch zwei belegung genau ach so hat er mal die ante so 1 2 3 4 nein das sind vier sind fünf wenn du das mittlere von der maus drückst kannst du den ding heben und und dann hast du ja dann kannst du auch ausklappen du kannst bei dem maus hat ich genau alter da komme ich wirklich voran mit der saatmaschine ganz seltsam aber natürlich ohne dünge ja wie schnell fährst du denn jetzt ach ganz schneller auf sechs meter schon mal gar nicht so blöde ich glaube viel mehr als sechs meter packen unsere traktoren gar nicht mit rea mhm so ja gut kommt drauf an weil was halt ne ja ich bin natürlich nicht bei düngestreuer aber dann wär ich mir dann nicht so sicher ja du bei deinen anhängern bin ich nicht so sicher stimmt ne fans schafft dann für zwei leere anleger ja wieviel kriege ich für den schlepper noch ne ich habe das selber ausgesucht plus 20% ja ok dafür kriege ich keinen neuen guten ja also ich glaube ein 60 ps traktor ziehe ich den anhänger die zwei anhänger noch ja 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 dieses feld alter ja 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 der erste feld ist gleich angesehen oh wow oh ich habe ja schon tonnenweise verdichtet 4% super nicht so schnell ja Leute ist das die zweite folge schon ja ne 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 für schweiz heißt die hälfte ein bisschen was anderes ich habe auch das mindestens die hälfte vom silo festgefahren das ist schon hoch geschätzt die hälfte festgefahren was nichts alles gut nichts passiert siehst du dich da vorne fahren ich sehe ich auch das nix macht so sehe ich hallo da ist ich am arbeit das ist ein bleibes bühnchen schweizer sohn herum hell lol ich merke aber keinen unterschied gerade ich habe sieben prozent schlupf gerade wenn ich schon gekocht fahre aber noch sieben prozent ok also warte 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 ich habe wenn ich die saadmaschine runter lasse habe ich 13 prozent schlupf und zwischen 80 und 90 prozent motorlast also ich 8 prozent gewonnen habe 8 und 7 und motorlast 70 70 80 ich habe mehr schlupf gerade für weniger motorleistung ich habe so 20 bis 30 prozent schlupf ich habe so 20 bis 30 prozent schlupf ja man 30 bis 40 motorlast 30 bis 40 motorlast an einigen ecken habe ich auch 15 14 15 prozent schlupf ne ich schieben freut ihr euch schon auf den 22er ja oh ja ist der hype da oder sagt ihr ja pfff ich weiß er ist halt ja oder halt nicht also und ich möchte auf jeden fall spielen und so aber ja du weißt ja was die letzten teile waren ja aber wenn man es wie schon sagt wenn man es wir haben schon viel da drüben oh die abkürzung kann ich nicht nehmen was hört ihr denn los? ja aber äh mach jetzt gleich schluss äh lasse graben ja gut wenn man es so anguckt wenn man es so anguckt ja du sagst das schon von den letzten teilen aber jo keine sekunde hm 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 ja keine folge geht ohne ja zweite teile sekunde also ja 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 problem ist ja wenn sie wenigstens das spiel patchen will so da kommt jetzt der erste teil äh kommt jetzt der erste teil äh und dann musst du das mit zwei Wochen bis sie mal die ganzen Fehler übergeben dass das so ins spiel über ist ja 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 das waren wir jetzt doch bin wieder da entschuldigung waren wir da wenigstens vernünftige ja es ist halt so entschuldigung zum beiregen aber es ist halt so ähm äh du sagst schon ja die letzten teile aber wir haben wir schon wieder drüber diskutiert es ist halt das beste landwirtschaftssimulator game das stimmt und ist auch multiplayer fähig ich meine ich weiß nicht also liebe freundes ich würde sagen wenn es euch gefallen hat das like nicht vergessen abo da lassen und unbedingt zunächst mal vorbeischauen ich sage tschüss und bis zum nix tschau 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 tschau